Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Happy Wheels, heute mit dem Level von Create Hero, GLP TV Minigames. Hi GLP und andere Spieler, dies ist nicht mein erstes Level, sorry, dass ich auf Englisch geschrieben habe. Okay, wahrscheinlich wegen dem Titel. Don't move, okay. No, you can move. Achso, der Inhalt des... okay, das macht Sinn. Ist ja auch eigentlich nicht verkehrt, außer ihr habt jetzt irgendwie eine spezielle Nachricht, die wirklich nur an mich geht. Dann ist es ja... oah, ist es ja egal, ob das jetzt... äh... deutsch ist, weil das sowieso nur an mich gerichtet ist. Okay, ich bewege mich erstmal gar nicht. No, you can move, ja. Okay, okay, okay. So eine Hapune? Ne, ist auch schon weg. Hä, aber warum bleibt... guck mal, das geht durch. War das schon immer so? Okay. Gut zu wissen, Leute. Äh, genau, äh, einige hatten mich bei dem gestrigen Part... Oh, gefragt, warum ich denn überhaupt bei der Telekom bin. Äh, ganz einfach. Ihr habt ja wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich auch nie streame oder so. Und, dass die, äh, Parts, äh, jetzt nicht so die enorme Qualität haben, wie ich es gerne hätte. Beispielsweise sieht man das bei Minigolf oder Billiard. Äh, ich hab ne richtig beschissene Leitung. Also, das hier hochzuladen dauert jetzt, sagen wir mal, 40 Minuten. Das ist nicht wirklich viel. Äh, aber so ein TTT-Part dauert so 2-3 Stunden. Und, äh, ja, das liegt halt darin, dass hier einfach nichts anderes machbar ist. Hier ist einfach nichts anderes machbar. Hier sind Kupferkabel. Ich kann hier keine, ähm, wie heißt das nochmal? Keine synchronisierte Leitung, keine RAM-Leitung oder... Also, die Leute, die sich damit auskennen, wissen jetzt vermutlich, was ich meine. Äh, das gibt's ja auch nicht. Das geht hier nicht. Es geht kein Unity Media, kein Kabel Deutschland. Überhaupt nichts, weil eben, äh, nachdem wir hier eingezogen sind. Alter! Boah, WTF! Ja, geil. Hauptsache, mein, meine Beine schaffen's ins Ziel. Ja, ich hab's geschafft. Äh, nee, auf jeden Fall wurden hier vor zwei Jahren oder so die, die, äh, Kabel so gekappt, dass man hier kein, äh, Unity Media mehr haben kann. Und deswegen bin ich jetzt halt hier mit einer beschissenen Leitung, bis ich letztendlich ausziehe, was, ja, ich denke mal, dieses Jahr noch passieren wird. Je mehr Videos ihr von mir guckt, desto schneller geht das, Leute. Ist kein Witz. Ist ja echt so. Hä, wie, was? Schnell. Was will der von mir? Falscher Char? Oh, Alter, warum, warum seid ihr denn immer noch zu doof, um das so einzustellen? Wie soll ich denn da hinkommen? Ich weiß doch gerade gar nicht mit welchem Char, deswegen, ich, ich werd's einfach mal lassen und darauf hoffen, dass er irgendwann lernt, dass man eben einen Charakter feststellen kann, festlegen kann. GLP-TV-Obstakel von Jabodgret-Krett. Aha, ha, ha, ha. Ja, Leute. Hier ist ein kleiner Prokur mit dem Heligoi. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Viel Spaß. Egois. Wie siehst du, sind ein kleines Chores wie für das Heligoi. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Okay. Ach so. Ja, okay, ich brauch gar nicht lesen. Ich denke, das erklärt sich für Silbe. Ja, ja, ja. Hä? Hä? Okay, ich muss mich mit einer Fliege hoch für ein Secret. Singt das Magnet. Ach, ist das vielleicht... Warte mal. Nee, hä? Dann lag es nicht. Ich dachte, wenn ich irgendwie hier den Boden berühre oder so, dass ich dann... ...gewinne. Verstehe ich nicht. Wie, wie, warum habe ich gerade gewonnen? Nein! Nein, meine Beine! Hä? Okay. Okay. Das war ein Komet. Okay. Das war ein Komet. Ah, fuck. Anstatt ich das Ganze mal time... Nee, 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 Leute. Ich rase einfach rein hier so, seht ihr? Ja, und schon wieder. Geil. Da wollen wir mich natürlich nicht wundern. Nein, 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 nein. Ey, ist ja unfassbar. Ist ja unfassbar. Da werde ich ja noch von der anderen Seite penetriert. Ey, ist das scheiße. Das ist eine kleine Scheiße. Ja! Ich weiß nicht, warum. Ich weiß einfach nicht, warum. Ich mach's einfach immer wieder. Ich denk mir... Nee, das schaff ich auch so. Oh, weg, weg, weg. Oh Gott. Oh Gott. So, was? Wie findest du die... Designänderungen bei YouTube? Crap? Great. Was waren die letzten Änderungen? Also, wenn du jetzt allgemein die Änderungen meinst, dann muss ich sagen, Crap. Ja. Vereinzelt gibt's natürlich auch nette Änderungen. Aber größtenteils ist das alles eine große Scheiße. Fliegt nicht zu hoch, aber auch nicht zu tief. Alter. Von wie der immer nach oben will. Oh. Boah. Oh, nee. Fliegt hoch und runter, um besser voranzukommen. Oh, nee. Oh, nee. Ich schaff das auch, sorry. G-Mann Lesmiel. Sogar richtig geschrieben. Graz. Hol den armen Mann von da oben. Okay. Ich schaffe. Hast du keine Äxte mehr? Ist es vorbei. Ach so. Ich dachte grad schon, hä? Nein. 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 Aber warte mal. Ich kann ihn, glaub ich, auch so töten. Das müsste eigentlich gehen, wenn ich das richtig sehe. Ich glaub da ist so der Weg. Ja, das scheint irgendwie eine unsichtbare Wand zu sein. Probieren wir mal von hier. Ah, scheiße. Scheiße. Komm, 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 komm. Komm schon. Ah, fuck. Vor allem, hä? Ach, es hat einfach gezählt, oder was? Hä? Was mag ich wohl sein? Sieht seltsam aus. Ich verstehe nicht, was er von mir will. Hä? Das können wir gerne mal... Oh Gott. ...in die Kommentare schreiben. Warum ich weiter konnte und was er mit dem Ende meinte. Bin ich behindert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Willkommen, GLP und andere. Habe ein Jetfall-Level erstellt, falls ihr es nicht schafft. Es gibt ein Replay. Okay, okay. Äh, ach nee. Nein, nein. Oh, ich hab's geschafft. Das ist so laut, ey. Scheiße, das könnte ein Echo geben. Ich hab grad Boxen angeschlossen. Denn ich entwickle immer mehr eine Abneigung zu meinem Headset. Das ist echt heftig, ey. Wie man halt auf den Sack geht. So, dann fern wir mal. Ja, ja. Hoi. Ja, cooles Level. Ja. Hä? Gut, dass sie nicht gelesen haben, was da steht. Roofbiker von GLP ist der Pro. Dies ist ein kleines Level. Es ist sehr einfach, aber trotzdem viel Spaß. Hey. Ich wünsche dir viel Spaß bei meinem Level. Okay. Yeah. Passt mal auf, Leute. Ich bin der beste Mensch der Welt. Ich hab nämlich grad Fahrradfahren gelernt. Und dachte mir jetzt, ich mach ein Video, wo ich Fahrrad fahr' und euch irgendwann mal zeige, wie gut ich das kann. Hier, passt auf. Ich hab ein 150 gelernt. Das war der sogenannte 150 XT. Backwardy. Yeah. Mit dem Kopf in die Stacheln rein. Gut. Das war gerade echt ein cooler Trick. Werde ich wahrscheinlich nie mehr genauso hinbe... Oh, nee. Hinbekommen. Oh, nee. Das ist der 860. Warum der so heißt, weiß ich selber nicht. Wie das passiert ist, weiß ich auch nicht. Das ist einfach... Irgendwann platzt man einfach weg im Leben. Sir, Mine. Ach so. Das war die Mine gerade. Schön, wie mein Bein einfach hängt. Oh, nee. Oh, nee. Oh, scheiße. Ah, fuck. Was war das denn wieder für ein Tod? Mine. Ja. Schön ignoriert. Okay, warten, 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 warten. Was passiert hier nochmal? Wo ist das? Secret Victory. Nee. Sicher nicht. Yeah. Ach, Mann. Muss ich da... Ich stürme jetzt einfach. So wie gerade. Das war immer noch am effektivsten. Oh, nee. Oh. War knapp. Ah, das war knapp. Das war die geballte Ladung Action, Leute. Oh, nee. Nee. Ah, nee. Oh, cool. Ich leb noch. Ja. Oh. Ach, Mann. Ah, Mann. Ich bin so gespannt auf den zweiten Teil. Aber so wie ich den Entwickler kenne, braucht er einfach noch acht Jahre dafür. Alter. Och, Mann. Scheiße. Scheiße. Komm. Kannst du mal bitte da hochgehen? Komm schon. Warum, warum habe ich das denn gerade jedes Mal geschafft? Ich verstehe es nicht. Ah. Okay. Yeah. Das war cool. Yeah. Ich habe keine... Nein. Oh, oh. Oh, 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 nee. Ja. Ich meine, ich werde wahrscheinlich wieder verbluten. Aber egal. Ich habe es geschafft, Leute. Ich bin der Beste. Gut. Und da ich jetzt nicht mehr Zeit habe, beenden wir den Part mit dem Level von Marco175. GLP-TV The Game Fix. Timmy bleibt hier. Willkommen zu GLP The Game von Marco. Oh, der Controller ist aber schön. Level 1. Freeze Wall. Oh, scheiße. Scheiße. Ist aber nicht dasselbe Level wie... Nee, oder? Nee, nee. Nee, 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 nee. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jetfall. Okay. Yeah. Oh Gott. Oh, nee. Oh, nein. Ja, Hauptsache. Hauptsache, ich musste nochmal alles aktivieren. Oh, es ist okay. Wohin? Hier oder hier? Ich bezweifle. Okay, da sollte ich definitiv nicht hingehen. Scheiße, ey. Oh, nee. Oh, nee. Was ist das denn, ey? Oh, nee. Oh, das ist... Bitte baut das nie mehr ein. Das ist so nervig einfach nur und so frustrierend. Nein! Ach, fuu. Nochmal von vorne. Letzter Versuch. Ihr könnt schon mal gerne den Part bewerten. Ach, scheiße. Eigentlich... Das ist so dumm, ne, Leute? Ist... Ich meine, es ist logisch, aber irgendwie ist er doch dumm. Normalerweise müsste man dieses bewertende Part direkt am Anfang sagen, was eigentlich keinen Sinn macht, weil ihr ja noch gar nicht wisst, wie der Part ungefähr ist. Ich meine, bei mir kann man immer davon ausgehen, dass das der beste Part der Welt ist, weil ich einfach der allerbeste Letzplayer der ganzen Welt bin. Ganz objektiv gesehen. Aber... Das... Ich weiß nicht. Da muss man sich nochmal irgendwie eine schönere Lösung einfallen lassen. Und das war gerade eben ironisch gemeint. Oder ironisch gemeint. Dann würde ich ja sagen, ich bin der allerschlechteste Letzplayer der Welt. So denke ich auch nicht von mir. Ich will schon nicht das meinen. Das war einfach Sarkasmus. Das war einfach Sarkasmus. Nein! Oh, oh, Gott sei Dank. Gut, dass die letzte Wand so... So scheiße aktiviert wurde. So scheiße. Komm. Flieg! Nein! Toll! Ja, gut, gut. Ich habe leider keine Zeit mehr. Deswegen... Ja, bewertet den Part. Guckt morgen vorbei. Da gibt es dann TTT und Happy Wheels. Jetzt gerade ist es relativ langweilig, muss ich sagen. Auf meinem Kanal. Aber bald kommt das neue Projekt, wo richtig viele Leute mitmachen. Ich weiß noch nicht, wie lange das gehen wird. Aber das wird bestimmt richtig lustig, Leute. Da muss ich immer kichern. Wir sehen uns dann morgen beim nächsten Video wieder. Tschüss! Tschüss!